Willkommen Trader. Es ist Dienstag, der Tag nach den massiven Kursschüben des gestrigen Montags. Da ging es doch deutlich, deutlich nach unten bei den Indizes und auch bei vielen Währungen beziehungsweise bei den Währungen gab es teils massive Ausschläge. Kann man auch gerne mal einfach auf den Euro, US-Dollar schauen, was da los war. Das Ganze hat natürlich auch Einfluss auf unsere heutigen Handelsideen. Von der Seite her ein herzliches Willkommen auch all denen, die hier an dieser Stelle wieder live zuschauen und mein Angebot auch genau wie alle anderen Tage hier im Livestream. Bitte, wer Fragen hat, rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook. Dann kann ich direkt auch auf den einen oder anderen Wunschmarkt mit eingehen. Nicht wundern, heute hier meine Zuschauerinnen und Zuschauer auf Facebook. Die Kamera mag gerade in OBS nicht funktionieren. Von der Seite her das Ganze heute leider nur mit Standbild. Bevor wir ins Webinar reingehen, der Risikohinweis, Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Das vorausgeschickt kümmern wir uns jetzt noch kurz um die Nachrichten. Das geht ratzfatz. Da gibt es heute nicht wirklich was zu sagen. Die wichtigen Dinge kommen in der zweiten Wochenhälfte. Wir sehen es heute 18.30 Uhr. Eine Rede von EZBs Kür und danach am Abend einen Einblick in den API-Rohöl-Lagerbestand. Mehr gibt es heute nicht. Zumindest nicht an den wichtigen Dingen hier in den USA, in Europa. Kleiner Blick hier noch nach Japan. Da geht so viel nicht ab. Damit rein in das, was uns hier als Trader interessiert. Und das sind natürlich die Charts. Und wer schon in den Blog geschaut hat, der wird sehen, wir kümmern uns heute so ein bisschen um US-Dollar, Schweizer Franken, Euro-Austral-Dollar und das Währungspaar Euro-Türkische Lira. Gerade Letzteres sehen wir jetzt hier auf den Schirm. Und da hatten wir vor einiger Zeit den Kursrutsch nach unten begleitet. Hier an dieser Stelle hier drüben, als sich dieser Abwärtstrend gebildet hat. Das ist nun schon eine ganze Weile her. Und wenn ich mir den Schart so betrachte, haben wir hier eine relativ interessante Situation, die wir hier sehen. Wir haben so eine leichte Bodenbildung. Und ob ein Boden hält oder nicht, das weiß man ja immer erst, wenn der Markt sich entweder weit genug davon entfernt hat oder halt durch den Boden durchfällt. Und das ist das Szenario, was wir hier haben. Wobei wir aktuell eher die Seite nach oben suchen. So zumindest haben wir die leichten Tendenzen. Und das Ganze wäre ja dann mit Blick auf diesen grün markierten Aufwärtstrend der Beginn der nächsten Bewegung hier hoch Richtung dem Trend hoch. Und das ist das, was wir uns jetzt mal etwas näher auch mit anschauen. Nämlich hier das Thema der Bodenbildung. Und wir sehen es, der Boden hat sich hier schön etwas rund gebildet. Es gab hier zwar mal einen kurzen Ausflug mit einem Spike nach unten, aber ganz grob die Marke von 6,28,8 können wir hier als Boden nehmen. Und das sehen wir sehr, sehr schön, wenn wir mal in den Stundenchart mit reinschauen. Ich mache das mal kurz etwas kleiner hier, dass wir es sehen können. Schaut, hier ist so eine Art, wie so eine Art runder Boden hat sich hier gebildet. Das sieht man in der Chartanalyse des Öfteren. Aber nicht nur das Thema mit dieser Rundung ist für mich interessant, sondern halt wirklich die Tatsache, dass der Markt beginnt hier nach oben hin zu trenden. Wir sehen es hier, den Schub nach oben hier schön genommen, nochmal runter korrigiert, wieder in diesen Bereich hier unten zum Stehen gekommen. Und jetzt geht er so leicht nach oben. Und das Interessante, was hier halt ist, ist, wir sind hier drüben vor ein paar Tagen schon mal über diesen Hochbereich hier drüber reingelaufen. Ich markiere das mal ganz kurz mit einem Pfeil. Das sollte dann besser sichtbar sein. Also hier, schaut mal, der Bereich, den wir hier oben haben, ich glaube, der Pfeil ist ein bisschen klein, das war ein alter Widerstandsbereich sozusagen, den man dort stehen hatte. Hier, dieser Markkantebereich hier, da sind wir reingelaufen. Das war ein Korrekturbereich hier in diesem Abwärtstrend. Und hier mit diesem Schub drüber sind wir mittlerweile drüber gelaufen. Das heißt, der Markt ist einmal hier drüber gegangen, hat dann korrigiert, nicht tief eingebrochen, sondern hier in diesem Supportbereich grob um die 6,28,8 zum Stehen gekommen und ist jetzt schon wieder etwas oben drüber gelaufen. Und das sind so die Avancen, die wir hier sehen, wo möglicherweise die Aufwärtsbewegung jetzt loslaufen kann. Und wenn die kommt, dann setzt sich halt der Stundentrend nach oben fort. Und das ist doch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wenn wir dann mal schauen, was uns hier als grobe Schwungbereiche auf der Oberseite in Richtung hier, dem Trend hoch bei, was haben wir hier oben liegen, 6, jetzt muss ich kurz selber mal schauen, das ist so verrutscht hier, kurz ein Augenblick, 6,60 sind das da oben genau. Das ist mal das Trend hoch hier auf Tagesbasis. Und wenn wir sehen, die Korrektur hat uns natürlich ein paar schöne Bereiche hinterlassen, dann sehen wir es, wenn wir hier weiterlaufen, nächster Schwungbereich, wo wir reinlaufen könnten, das ist hier mal grob die Marke von 6,40,4. Wir sehen es hier drüben, war es eine Unterstützung, hier dann eher Widerstand, hier der nächste Zielbereich. Wenn wir da drüber laufen, hier oben natürlich das Trend hoch um die 6,43,4 und dann hier noch diese Marke um die 6,54. Das alles so die Anlaufpunkte vorm Trend hoch und warum das Ganze nicht traden, wenn der Markt hier umdreht und uns den Gefallen tut, wichtig wäre es halt, dass ich jetzt erstmal den Chart kurz wieder aufräume und danach, dass wir die Kurse halt nach oben laufen sehen, also dass der Markt es wirklich schafft, sich über diesem von mir grau markierten Schwungbereich zu stabilisieren und dann nach oben laufen. Dann haben wir schön einen Aufwärtstrend der Stunde, der nach dem Abwärtstrend hier in der Korrektur wieder in Richtung des übergeordneten Tagestrends läuft und damit, denke ich, ist genug Fleisch am Knochen dran, um auch so einen Trade einmal ins Portfolio reinzulegen. So, das wäre das eine schöne Bodenbildung mit bullischen Avancen in Währungspaar Euro, türkische Lira. Aber damit gehen wir hin zum Euro und zwar im Zusammenhang mit dem Austral-Dollar hier an dieser Stelle. Sehr schön zu sehen gewesen in der Analyse, in der Voranalyse. Ich habe das Währungspaar gestern tagsüber ein bisschen beobachtet, weil ich es relativ interessant fand, was hier in dieser Sidewards-Range geschehen ist. Das heißt, wenn wir es mal so sehen, im klassischen Bild, wenn man es mal hat. Wir hatten ja hier vor ein paar Wochen Abwärtstrend, dann hatten wir hier einen starken Gegenschub und der lief schon mal mit seinem Hoch. Das haben wir gehabt bei 1,63,231 etwas über dieses Korrekturhoch hier in diesem Abwärtstrend. Das heißt, damit wäre mal zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben gewesen, dass wenn der Markt es schafft, hier oben drüber zu laufen, den Weg nach oben hier zum Oktoberhoch bei 1,64,325 zu geben. Aber Pustekuchen und das ist das, was ich gestern so ein bisschen mit auf der Uhr an dieser Stelle hatte. Hier hat der Markt einen Seitwärtslauf gehabt. Oben der Deckel drauf bei Crop 1,63,1 und hier unten bei 1,62 haben wir einen Unterstützungsbereich gehabt. Und ihr wisst ja selber, wer hier schon eine Weile zuschaut. Ich bin ein Freund davon, wenn sich ein neuer Trend bildet, dem ganzen Trend auch eine Chance zu geben. Aber wir müssen halt auch immer sehen, wir sind hier nur drüber gelupft, über dieses Hoch und danach ging es erstmal wieder so ein bisschen was nach unten. Das heißt, der Markt ist nicht direkt drüber gelaufen. Und das ist die Problematik, die man hier auch mit beachten muss. Und an dieser Stelle sehen wir es halt. Wir sind jetzt unten drunter durchgekracht. Das heißt, die Bären haben sich durchgesetzt. Und was haben wir jetzt hier? Ich skizziere es mal mit ein. Wir haben jetzt hier einen neuen Abwärtstrend. Das heißt, wir haben jetzt hier an dieser Stelle einen Trend laufen im untergeordneten Bereich, der wieder in Richtung dieses oberen Reich. Das heißt, jetzt hat sich hier ein neuer Abwärtstrend gebildet. Nach dem ganz minimalen Ausflug über das Korrekturhoch dort hat sich jetzt hier direkt wieder ein Abwärtstrend gebildet. Und dieser Abwärtstrend, der hat jetzt natürlich die Chance, wenn er weitergeführt wird, tiefer nach unten zu laufen. Wir haben hier das Tief aus dem November liegen, Anfang November bei 1,59760. Das war das Tief auch dieses Trends hier, dieses ersten rot markierten Trends nach unten. Und wenn es hier weiter geht, dann an dieser Stelle den Schub nach unten auch zu sehen. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt nach unten hin. Und wir sehen es halt, hier gibt es auch nicht wirklich viel, was wir als Haltepunkte auch annehmen können. Wir haben hier drinnen mal so einen ganz kleinen Zacken gehabt. Das sieht man auf der Stunde um die Marke von 1,655 hier in diesem Bereich. Das könnte ein kleiner Aufhaltpunkt sein. Aber ansonsten hier ist nicht wirklich was da drinnen an dieser Stelle. Also das Ganze abwärts gerichtet. Sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn man das Ganze im Kleinen auch betrachten möchte, hier schaut's. Wir haben jetzt einen Abwärtstrend der Stunde. Der steht weit in der Bewegung. Für die ganz kurzfristigen Händler können wir jetzt auf die Idee kommen zu sagen, okay, möglicherweise kann man hier an dieser Stelle den Markt etwas nach oben traden als korrektive Phase. Weil wir sind ja hier ordentlich in die Bewegung reingelaufen. Wer das mag, ganz klar, dann brauchen wir hier, jetzt springe ich nochmal eine kleine Zeit, eine Zeit. Wir brauchen hier dann natürlich einen schönen nach oben laufenden Aufwärtstrend. Das heißt, wenn man das Ganze mal so anschaut, wir haben jetzt hier die ersten Erwachsenen nach oben zu laufen, in diesen ganzen Schub hier rein. Und wir sehen es hier an dieser Stelle um die 1,2, was ist das hier, 1,61,9, knapp 5. Müssen wir mal kurz schauen. Hier in diesem kleinsten Bereich, wirklich das sind Nuancen. Naja, knapp 1,61,9 hier. Da oben sollte der Markt dann auch ranlaufen. Und wenn er da drüber schreibt, dann haben wir die Chance hier weiter nach oben zu gehen. Dann haben wir halt nicht nur diesen Gegentrend hier, sondern auch den alten Trend, den letzten Trendschub hier in den 5 Minuten nach unten rausgenommen. Wie schon gesagt, das ist relativ klein. Und dann haben wir doch die Chance, nach oben zu laufen. Ansonsten das Ganze jetzt hier relativ cool auch beobachten. Hier kleiner Tipp für die nebenberuflichen Trader, die nicht zwangsweise im 5-Minuten-Chart hin und her traden können. Das Ganze wartet ab, bis das in die Korrektur reingelaufen ist. Und wenn wir dann wieder ein Umkehrmuster bekommen, dann rein in die Short-Bewegung, weil dann bewegen wir uns in der Stunde wieder abwärtsgerichtet in Richtung des abwärtsgerichteten Marktes. Das ist interessant und das ist das, was man hier durchaus auf der Uhr haben kann. Das ist auch mein persönliches präferiertes Szenario hier, das Ganze dann hier weiter nach unten mit zu traden. Und damit gehen wir rüber in das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Das natürlich auch wieder im Tageschart. Bevor ich jetzt hier Details gehe, wir haben ja noch zwei Fragen zum DAX bekommen. Hier, das gucken wir uns gleich auch an. Zuvor allerdings US-Dollar, Schweizer Franken im Tageschart. Mega brutal, was hier gestern passiert ist. Aber gehen wir mal nicht nur auf gestern ein, sondern gehen wir mal auf das gesamte Chartbild ein. Wir haben es am Freitag gesehen. Der von mir hier eingezeichnete Aufwärtstrend ist in seiner letzten Bewegung in diesen wichtigen Widerstandsbereich reingelaufen, hier an dieser Stelle. Wir haben ja zuerst hier diesen rot markierten Abwärtstrend rausgenommen. Das war das eine. Und hier im größeren Bild haben wir hier um die Marke von hier oben, das hoch ist bei 1,00148. Das ist hier natürlich ein Bereich, der ist nicht ganz so leicht vom Markt zu überwinden gewesen. Hier war es der erste Widerstand. Hier haben wir es drei, vier Mal probiert reinzulaufen. Hier wieder oben herangelaufen. Freitag kam der Abverkauf und dann der Knall nach unten gestern. Unten hier der US-Dollar ist an dieser Stelle rundherum um die Währungen schwächer geworden. Und das hat man halt gesehen. Dadurch sind die Charts natürlich deutlich beeinflusst worden. Hier nach unten rein an dieser Stelle. Das mal so die Fakten rundherum. Jetzt natürlich die Frage, was denn hier passiert? Gucken wir uns das Ganze mal aus technischer Sicht an. Zwei Dinge. Erstens, nach so einem Abwärtsschub wie gestern ist es nicht ungewöhnlich, dass wir, ja sag ich mal, erst mal ein bisschen verharren, beziehungsweise weiter Schub nach unten bekommen, wenn die Gesamtsituation sich nicht ändert. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie es weiter geht nach unten hin. Mit Bezug auf diesen grün markierten Abwärtstrend haben wir jetzt einfach nur mal eine Korrektur. Ich persönlich bin da nicht böse drüber, wenn Korrekturen schnell ablaufen, dann kriegen wir auch schnell unsere Umkehrmuster und auch schnell eine Entscheidung, ob der Trend hält oder nicht. Letzte Bastion hier zum Thema, hält der Trend oder nicht, ist mal hier unten das Trend Tief um die Marke von, was haben wir liegen, 0,98, 700. Das hier, das aktuelle Trend Tief. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz in die Stunde rein, weil da sehen wir relativ gut, was los ist. Und hier sehen wir es. Hier hat sich Freitag der erste Schub nach unten gebildet. Dann gab es hier eine leichte Gegenbewegung. Dann hat sich hier der Abwärtstrend auf Stunde gebildet. Und das ist das, was jetzt interessant ist. Sehen wir tatsächlich hier einfach nur den Fortlauf, dann haben wir halt genau diese Dynamik. Wir haben starken Abgabedruck und der hört halt heute auch noch nicht auf. Und dann setzt sich der Stundentrend nach unten fort. Und hier haben wir dann direkt die Chancen, nach unten mit reinzulaufen. Das heißt auch mal die Korrektur Tiefs dieses Aufwärtstrends hier anzulaufen. Und das nächste, was wir dann stehen haben, haben wir hier um den Bereich von 0,98, 9. Beziehungsweise hier dann am aktuellen Trend Tief bei über den Daumen 0,98, 7. Das sind die Marker, die wir da haben. Und hier haben wir es halt aktuell. Will der Markt nicht so richtig korrigieren. Das heißt, er läuft runter. Die Stunde setzt sich fort. Der Abwärtstrend hier der Stunde ist momentan fortgesetzt worden. Gut, die Stunde ist jetzt noch nicht um. Aber wir sehen es so richtig. Nach Korrektur riecht das noch nicht. Beziehungsweise nach Umkehr des Ganzen, um dann wieder den Tagestrend nach oben hin vorzusetzen. Das sieht etwas anders aus, wenn sowas dann kommt. Also faktisch gesehen, wer es jetzt mal bildlich anzeigen lassen möchte, das schaut dann so aus, dass wir hier diesen Abwärtstrend auch haben. Dass wir hier nochmal ein neues Tief geschrieben haben. Und die Umkehr sieht dann prinzipiell so aus, dass wir hier oben drüber laufen und dann den Weg nach oben mit reingehen. Und optimalerweise natürlich dann in einer Art und Weise, dass sich hier dann schön ein Aufwärtstrend bildet. Und dann haben wir wieder den Trend der Stunde in Richtung des Trends auf Tagesbasis liegen. Also das brauchen wir definitiv als Umkehr. Also damit wir sehen, dass die Märkte wieder ansteigen und wir dann nach oben laufen. Aktuell, wie ich schon gesagt, gibt es das noch nicht. Aktuell haben wir hier den Abwärtstrend valide. Der ist hier auch schon in Fortsetzung reingegangen. Das heißt, momentan fokussiert sich der Markt erst einmal, zumindest jetzt um 8.47 Uhr weiter nach unten. Und da brauchen wir halt die Marker hier als Anlaufpunkte. Wie schon gesagt, hier ein Pivotpunkt am Trendtief dieser Aufwärtsbewegung hier auf Stundenbasis im Sinne des Tagestrends. Und dann haben wir hier unten das aktuelle Trendtief. Und solange wie der Markt darüber bleibt, haben wir lediglich die Korrektur des Aufwärtstrends. Jetzt bricht er unten drunter weg, dann ist der Aufwärtstrend auf Tagesbasis erst einmal rausgenommen. Und da müssen wir uns weiter nach unten orientieren. Nur so weit ist es jetzt noch nicht. Das Ganze steht halt noch zur Entscheidung aus. Das ist das, was wir momentan im Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken mit sehen. Und damit gehen wir jetzt nochmal rüber in den DAX. Wir kriegen hier die Frage, was gestern passiert ist. Da könnte ich jetzt Platz sagen, der DAX ist gefallen. Nein, mehr ist es auch nicht. Wir haben halt schon aber einen brutalen Abwärtsschub gehabt an dieser Stelle. Das war dafür den richtigen Grund zu finden. Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich sehe das Ganze immer relativ pragmatisch. Ich gucke auf unsere Wirtschaft. Da hat sich jetzt im Vergleich zur Vorwoche nichts brutal verändert. Dass man sagen kann, okay, wir stehen jetzt plötzlich von heute auf morgen wieder auf einem total negativen Niveau. Wir fallen jetzt wieder in eine Rezession und, und, und. Die Sachen, so schlimme Wirtschaftsdaten gab es da an dieser Stelle nicht. Trump hat ein bisschen wieder getwittert im Thema Handelsstreit zu China. China hat die USA wegen Hongkong ein bisschen belastet. Trump hat im Thema Zölle etwas getwittert. So rumknoten in der Zunge. Das hat natürlich die Märkte auch belastet. Dann halt auch noch die Tatsache, dass wir gestern die Daten aus den USA bekommen haben. Die waren etwas schlechter als erwartet. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, um, jetzt muss ich mal kurz in die Nachrichten von gestern reinschauen. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA bekommen. Und da war es für das verarbeitende Gewerbe, genau, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, der war taxiert mit 49,2. Tatsächlich waren es aber 48,1. Und damit lag der Index nicht nur unter den Erwartungen, sondern auch unter dem vorherigen Ergebnis. Und das hat die Märkte dann deutlich, deutlich belastet. Und das ist halt etwas, da sieht man, dass der Markt, wenn dann wirklich alles so wahnsinnig massiv zusammenkommt, auch mal ziemlich stark unter die Räder geraten kann. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im DAX anschauen, verglichen mit den US-Indizes, da ging es auch ein ganzes Stückchen auch nach unten. Kurzen Augenblick. Hier ist der DAX, den ziehe ich jetzt einfach mal rüber. Das war schon massiv. Und das war auch schon heftig. Und ganz klar an dieser Stelle ist es auch zu sehen, das ist natürlich auch im kleinen Bereich jetzt mal definitiv ein Bruch der aktuellen Aufwärtsbewegung hier. Das heißt an dieser Stelle, wenn man es mal so sieht, wir haben den massiven Schub nach unten bekommen. Wir gehen jetzt halt zumindest per gestern, per Schlusskurs gestern, gehen wir jetzt halt etwas tiefer in die Korrektur hinein. Und wenn man mal diesen starken Aufwärtsschub hier nach oben sieht, dann haben wir jetzt hier eine kleine Abwärtstendenz drinnen. Das heißt, der Tageschart läuft jetzt in die Korrektur hier an dieser Stelle hinein. Per se jetzt, so wie diese beiden Kerzen aussieht, kann ich aber schlecht deuten, ob wir jetzt eher weiter fallende Kurse oder steigende Kurse sehen werden. Wenn wir uns den DAX mal auf Wochenbasis anschauen, dann sehen wir halt an dieser Stelle auch, jetzt muss ich das mal kurz rausnehmen hier, das brauche ich jetzt nicht, dass wir halt hier oben einen Deckel gefunden haben und wir durchaus eine Korrekturausweitung bekommen könnten. Das wäre jetzt überhaupt nicht dramatisch. Nächster Auflaufpunkt wäre hier unten, wenn die 13.000 Punkte Marke wirklich nachhaltig gebrochen wird. Momentan stehen wir ja wieder ein bisschen drüber. Wäre da der nächste Anlaufpunkt die Marke um die 12.800 Zähler. Das sieht man auch im Tageschart relativ schön, dass das ein guter Auffangbereich ist. Das wäre mal etwas, was man durchaus nach unten sehen kann. Das heißt aktuell der starke Schub nach unten. Mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt heute wieder in Normalität zurückgehen und die Händler wieder die günstigeren Preise zum Einstieg nutzen. Das muss man mal abwarten. Aber an sich ist es für mich jetzt schwer zu sagen, wir haben jetzt hier einen richtigen Trend, einen richtigen stabilen Abwärtstrend auf Tagesbasis und wir müssen uns jetzt erstmal deutlich nach unten bewegen. Sondern ich würde jetzt hier an dieser Stelle relativ cool bleiben. Also ich bin ja entspannt an meiner Seite her, nur ich weiß halt aufgrund auch der Fragen, die wir hier bekommen, dass es durchaus den ein oder anderen Händler gibt, der sich fragt, wie geht es denn jetzt weiter? Was kann ich denn jetzt machen? Ist es denn jetzt mit dem Aufwärtstrend entsprechend schon vorbei? Das sind alles richtige und wichtige Fragen. Nur ich sage mal, wenn ich da einen Tipp geben darf an dieser Stelle, fragt euch bitte nicht diese Fragen, ob der Aufwärtstrend jetzt vorbei ist oder nicht, sondern fragt euch lieber, wie wollt ihr diesen Markt jetzt handeln? Also das heißt, setzt euch hin, macht ein Setup und wenn wir uns das Ganze jetzt beispielsweise mal auf Stundenbasis anschauen, dann sehen wir halt hier an dieser Stelle, hoppala, das war kleiner gewesen, wir sind jetzt hier in diesen Bereich reingelaufen, wo wir sehen, ich mache es mal noch ein kleines Stückchen, wir haben jetzt hier oben eine ganze Weile schon Seitwärtsphase gehabt und wir haben es gesehen, der Markt ist hier mal nach oben ausgerissen, der Markt ist mal nach unten ausgerissen. In Summe kann man hier an dieser Stelle sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Seitwärtsphase gehabt, die sich jetzt aktuell erst einmal nach unten aufzulösen scheint. Und da gibt es jetzt halt verschiedene Handelsansätze an dieser Stelle und wenn man sich jetzt beispielsweise mal hier den Stundenchart auch anschaut, dann sehen wir, wir haben diesen massiven Schub nach unten reinbekommen und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir hier so eine Art bärische Flagge sehen, das heißt, der Markt trendiert jetzt hier so leicht auch etwas nach oben und was dann im Endeffekt jetzt für die Planung im Chart passieren kann, ist einfach, dass man sagt, okay, schaut man sich mal diese Flagge an, nehmen wir mal diese Flagge, wir haben ja auf Stundenbasis jetzt noch keinen Trend, wir haben ja erstmal nur diesen wahnsinnigen Schub nach unten. Ich meine, wenn man das hier mal so nimmt, hat man hier schon einen gewissen Trend nach unten auch mit liegen. Und wenn man sich mal auf die gestrige Bewegung konzentriert und sagt, ich möchte dafür heute eine Handelsidee rausholen, dann sagt man halt, okay, man hat jetzt hier diesen Schub nach unten, jetzt haben wir hier diese mehr oder weniger laufende Flagge mit diesem bärischen Charakter und wenn der Ausbruch nach unten kommt, dann orientieren wir uns halt weiter zur Unterseite und was wir da im Zielanlaufbereich auch haben, ist das, was ich auch schon gesagt habe, hier drüben die Marke von ungefähr 12.800 Zählern, das sehen wir auch hier drüben, das hat im kurzfristigen Bereich auch schon mal immer etwas Relevanz gehabt, hier erst was unten, ein Widerstand, hier drüben ist es dann zur Unterstützung geworden, als der Markt drüber gegangen ist. Das ist durchaus ein Punkt, den man als Händler auch auf der Uhr haben kann für den weiteren Schub nach unten, wenn er denn dann kommt. Das wäre mal das Abwärtsszenario. Das andere Szenario für die Long-Geschichte muss man dann an dieser Stelle auch mit sehen. Hier, wir haben es auch schon sehr, sehr oft gesehen, der Markt schiebt hier nach unten und macht dann in der Stunde oder den kleineren Zeiteinheiten direkt erstmal wieder einen Bewegungsschub nach oben. Hier, die Marke von 13.000 Zählern ist halt ein wichtiger Bereich und hier muss man dann auch den ein oder anderen Gedanken für die Long-Seite mit erwähnen, weil wir sehen es halt hier, wir trenden im kleinen Bereich schon wieder nach oben. Ich gehe mal hier kurz in die Viertelstunde rein, da sieht man es besser. Wir haben hier diesen Aufwärtstrend und solange wie dieser Aufwärtstrend intakt ist, haben wir ja auch weiterhin die Chance, dass der Markt weiter nach oben läuft. Das heißt, wieder in Richtung des alten Tagesscharts reinläuft. Oftmals tut uns der Markt nicht den Gefallen und macht dann einen schönen Trend auf Stundenbasis nach oben, sondern er läuft dann einfach nach oben, weil der Markt sieht, opala, so schlimm, wie wir es gestern angenommen haben, wird es denn dann auch gar nicht. Das wäre dann das Long-Szenario, zu sagen, okay, hier an dieser Stelle trendet der Markt jetzt nach oben, wenn sich das Ganze fortsetzt, das heißt, hier an dieser Stelle mal über diesen Hochpunkt drüber hinwegläuft, über das Tageshoch, was wir gehabt haben, dann haben wir Chancen, weiter oben reinzulaufen. Also die kurzfristigen Händler haben jetzt doch durchaus einige Sachen mitzulaufen und diejenigen, die das Ganze im, sage ich mal, dem Bereich traden wollen, dass sie sagen, okay, ich habe keine Zeit, das in den kleinsten Zeiteinheiten zu traden, die machen einfach folgendes, wartet einfach ab, wie sich der heutige Handelstag sozusagen gestaltet. Was man schon mal sagen kann ist, das ist auch relativ einfach, wenn wir unter das Tagestief von gestern reinlaufen, dann ist die Long-Seite erstmal definitiv erledigt und dann haben wir auch das Szenario, was ich gerade sozusagen gespielt habe, dass die Stunde hier weiter in die Erholung läuft und vielleicht direkt wieder auf Richtung Tagestrend, Aufwärtsschub geht, das ist dann erledigt, dann haben wir halt eine Trendfortsetzung nach unten, dann setzt sich der Abwärtstrend der Stunde fort und der ganze Schub geht weiter nach unten und wir können uns dann zur Marke von 2800 Zählern definitiv hier an dieser Stelle wieder reinbringen, das heißt, da kommt wieder dieser Supportbereich, den wir im Kleinen gesehen haben, wieder mit ins Spiel und das sind die Marker, das sind in meinen Augen die Fragen, die sich hier ein Händler stellen sollte, wie können wir denn jetzt in der aktuellen Situation Trading-Stile finden oder Setups finden, die wir entsprechend auch handeln können und da helfen uns halt die kleineren Zeiteinheiten so ein bisschen, sage ich mal, die Richtung zu finden und zu sagen, ich mache dann das, wenn der Markt das macht, also nicht überlegen, ob der Aufwärtstrend jetzt vorbei ist oder nicht, sondern einfach überlegen, wie kann ich denn jetzt mit der aktuellen Situation umgehen und das hilft dann übrigens auch dahingehend, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt tatsächlich tiefere Korrektur bekommen, ja, was brauche ich denn als Muster, damit ich in den DAX wieder Long einsteige, weil wenn wir uns die Woche anschauen, sie ist aufwärts gerichtet und da haben diese Szenarien, diese Abwärtsszenarien, diese Trend, sage ich mal, Szenarien, die wir auch auf Tagesbasis jetzt plötzlich wieder abwärts sehen könnten, Relevanzen, aber nur im Sinne einer Korrektur dieses Aufwärtsschubs und da muss man halt als Händler dann auch irgendwann überlegen, damit man dem DAX Long nicht hinterher rennt, zu sagen, wann kann ich denn jetzt wieder einsteigen in das Long-Szenario und diese Überlegung müssen wir machen und das kann direkt heute passieren, dass der Markt heute direkt wieder rumdreht, dann kriegen wir halt auf Tagesbasis gar keine Entscheidung, sondern das wird dann in den kleinen Zeiteinheiten entschieden. Wenn es aber länger dauert, ändert sich das Szenario ein bisschen und dann können wir uns dann ganz, ganz andere Handelsgedanken auch machen. Ich hoffe, die paar Gedanken haben geholfen, hier so ein bisschen eine Entscheidung zu finden und ja, da sage ich an dieser Stelle danke für die Zeit. Weitere Fragen sehe ich jetzt gerade nicht, wir haben hier wirklich nur heute die Fragen zum DAX. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich und das sage ich allen, einen guten Start in den Handelstag. In zwei Minuten geht der Handel ja auch offiziell los. Dann werden wir sehen, was die Händler aus dem heutigen Handelstag an dieser Stelle machen. Danke für die Zeit und bis morgen um 8.30 Uhr live hier im Sendungsbereich mit Tickmill, also wieder einschalten auf Tickmill Deutscher Facebook oder auch direkt im GoToWebinar Stream. Wie schon gesagt, 8.30 Uhr geht es da los. Den Blog stelle ich natürlich vorher zum Nachlesen ein. Danke für die Zeit und Tschüss.